Wohin auswandern, Teil 3. Diesmal mit wirtschaftlichen Themen wie Steuern, Internet, 5G und Flugverbindungen. Bienvenidos, ich begrüße dich zu einem weiteren Teil der Serie Wohin auswandern. Heute zum Thema Wirtschaft. Alle Teile dieser Serie verlinke ich dir hier unter dem Video und die Weltkarten, die ich zeigen werde, kannst du selber auch nochmal im Internet anklicken und nochmal in Ruhe dahin angucken, wenn du vielleicht was groß zoomen möchtest, was dich interessiert. Ja, hier ist gerade ein Wetter, was sehr ungewöhnlich ist, nämlich heftiger Regen. Aber das tut gut so. Nach den ganzen Waldbränden, die wir hier im Paraguay hatten oder auch generell in Südamerika, ist es gerade ganz gut, dass der Regen runterkommt und wird von vielen heiß ersehnt. Hier im Park von San Bernardino hat der Markt heute nicht stattgefunden, wie üblich dort sonst unter den roten Dächern, sondern fand in der Halle statt. Aber morgen soll es hier Flohmarkt geben. Mal gucken, ob es klappt mit dem Wetter. Wir schauen uns heute Wirtschaftsthemen an und insbesondere dabei die Steuern, die Internetversorgung, auch 5G ist dabei und die Flugverbindungen. Hier als erstes haben wir eine Weltkarte, wo die Länder je nach persönlicher Einkommensteuerhöhe eingefärbt sind. Hellblau heißt einen niedrigen Einkommensteuersatz und dunkelblau heißt ein hoher Einkommensteuersatz. Länder mit niedriger Einkommensteuer sind Panama, Costa Rica, Bolivien, Paraguay, Kambodscha, Tschechien, Litauen und französisch-Kurianer. Extrem hoch dagegen sind zum Beispiel Dänemark und Schweden. Die stechen farblich ziemlich stark raus. Noch viel besser als Einkommensteuer zu bezahlen ist natürlich keine Einkommensteuer zu bezahlen. Und das geht mit Ländern mit Territorialprinzip. Die sind hier im mittleren Blau eingezeichnet. Das Territorialprinzip bedeutet, dass man nur das Einkommen versteuern muss, was in dem Land ist, in dem man lebt, sofern es denn eins dieser mittelblauen Länder ist, und Einkünfte, die außerhalb dieses Landes erzielt werden, sei es über Internetjobs oder Vermietung und Verpachtung oder aus Wertpapiergeschäften, diese Einkünfte werden steuerlich überhaupt nicht berücksichtigt. Des Weiteren sieht man auf dieser Karte auch in Pink die USA speziell, aber auch andere Länder, die generell nach Nationalität besteuern. Also sämtliche Amerikaner, egal wo sie sich auf der Welt aufhalten, müssen immer an die USA Steuern zahlen. Das gilt, glaube ich, auch teilweise für Greencard-Träger. Ich kenne nämlich welche, die die Greencard hatten und wieder abgegeben haben und die von der Botschaft haben sich total gewundert, ob die das vielleicht unter Zwang machen müssen, weil wie kann man denn freiwillig eine amerikanische Greencard abgeben? Aber das würde heißen, solange man die Greencard hat, dass man sein Welteinkommen dort in den USA versteuern möchte, muss und vielleicht auch möchte, ich weiß es nicht. Und ja, wenn man das nicht möchte, dann muss man die Greencard wieder abgeben. Die Länder, die hier in grün eingezeichnet sind, die verlangen generell gar keine persönliche Einkommenssteuer, was natürlich auch nicht schlecht ist. Alle anderen, die dunkelblau sind, was ja die große Mehrheit hat, die sagen, das Welteinkommen muss am Wohnort versteuert werden. Das ist auch das, was wir sonst so in Deutschland, Österreich, Schweiz kennen. Wir gucken uns ja heute das Thema Wirtschaft an und dazu gehört es natürlich nicht nur die persönlichen Steuersätze zu betrachten, sondern auch die Rahmenbedingungen für Firmen generell. Auf dieser Karte sind die Steuersätze für Firmen dargestellt. In blau sehen wir die Länder, die unterdurchschnittliche Prozentsätze verlangen und in grün sehen wir die Länder, die überdurchschnittliche Prozentsätze verlangen. Dunkelblau bedeutet einen besonders geringen Satz und dazu gehören Irland, Paraguay und Bulgarien. Das Thema Besteuerung für Firmen oder Selbstständige ist natürlich insgesamt viel komplexer, als man das in so einer Karte darstellen kann. Deshalb habe ich nochmal geguckt, wo man entsprechende Informationen bekommt und auf Englisch ist das auch ganz einfach machbar. Da hoffe ich doch, dass du noch ein bisschen was vom Schulenglisch übrig behalten hast. Nämlich die Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers, also PwC, hat eine ganz tolle Webseite, wo sie für sämtliche Länder die Zusammenfassung der Besteuerung für privat und geschäftlich dargestellt hat. Einfach das Land eingeben und gucken. Da kannst du mal in Ruhe stöbern. Den Link dazu gibt es natürlich auch hier unter diesem Video. Für geschäftliche Tätigkeiten ist das Banking natürlich auch sehr wichtig. Und da habe ich hier eine sehr interessante Grafik gefunden. Und zwar der automatische Bankdatenaustausch mit Deutschland. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Da muss man sich natürlich fragen, möchtest du das überhaupt? Klar, wenn du auswanderst, hast du eigentlich nicht mehr so die Rahmenbedingungen, weil du in Deutschland deinen Wohnsitz abgemeldet hast, dass das nach Deutschland gemeldet werden muss. Aber kennen wir die Rahmenbedingungen genau? Reicht es vielleicht einfach nur, deutscher Staatsbürger zu sein und dann dürfen sie es da hinmelden? Deshalb gucken wir da einfach mal drauf. Also wenn du nicht möchtest, dass deine Daten einfach so weitergegeben werden, dann guck doch einfach mal bei den farblosen Ländern hier. Da wären zum Beispiel Paraguay, Bolivien, Peru, Ecuador, die Philippinen und Thailand im Angebot. So ein internationaler Datenabgleich ist ja auch gar nicht so einfach. Die Frage ist, was nimmt man da als Basis? Und als wir hier in Paraguay bei einer Kooperativa unseren Pass vorgelegt haben, haben die erstmal komisch geguckt, weil die Passnummer besteht ja aus Zahlen und Buchstaben und deren System kann halt nur Zahlen. Und in unseren Passnummern sind mehr Buchstaben als Zahlen. Insofern wurden dann einfach nur die Zahlen von unserer Passnummer übernommen. Und wenn da mal jemand versuchen wollte, einen Datenbankabgleich zu machen, das wird nie funktionieren. Also das fühlt sich dann im Paraguay ganz gut an. Ein weiterer Aspekt, der einem das Leben leichter macht, ist, dass das Auswanderungsland am IBAN-System teilnimmt. Hier haben wir dazu eine Grafik. Die farbigen Länder nehmen am IBAN-System teil und die roten sind beispielsweise die neuesten Mitglieder. Brasilien, Costa Rica und die DOMREP zählen zum Beispiel dazu. Das ist wichtig für die Geldtransfers generell. Weil, wenn die nicht am IBAN-System teilnehmen, kannst du es nicht direkt übers Online-Banking eingeben und somit nicht automatisiert überweisen. In der Regel gibt es dann eine Art Faxformular, was du auszufüllen hast, zu unterschreiben hast. Und dann fragt die Bank irgendwie nochmal nach, wenn sie das bekommen hat, ob man das denn auch wirklich überweisen möchte. Ob das denn alles so stimmt, nicht, dass das jemand anders gefaxt hat. Also das ist nicht ganz so einfach. Ist es möglich? Überhaupt kein Problem. Aber wer es dann lieber bequem und online mag, ja, der muss sich dann ein entsprechendes Land aus dieser Grafik heraussuchen. Da manche Länder ja sehr klein und somit auf der Weltkarte hier nicht so gut eingefärbt zu sehen sind, habe ich hier auch nochmal eine Liste verlinkt, wo sämtliche Länder aufgeführt sind. Gerade so bei kleinen Karibikstaaten oder so freut man sich dann, wenn man die hier nachlesen kann. Bei meinen Recherchen bin ich auch auf zwei interessante Grafiken zum Thema Steueroasen getroffen. Und das ist insofern auch relevant, weil für Selbstständige gibt es ja auch Rahmenbedingungen, wo eine Wegzugsbesteuerung relevant ist. Und wenn dann der Wegzug in eine Steueroase passiert, das mag das Finanzamt überhaupt nicht. Insofern wären das vielleicht auch nochmal Stichworte, unter denen du für dich recherchieren könntest. Und hier gucken wir einfach mal, welches die schwarze der Liste der EU ist, welche Länder als Steueroase eingestuft werden. Neben einigen Zwergstaaten gehören unter anderem auch Panama, Tunesien, Namibia, die Mongolei und Südkorea zu Steueroasen. Hätte ich nicht gedacht. Bei dieser nächsten Grafik sind die Geldwäscheparadiese und Steueroasen mit kleinen grünen Kreisen gekennzeichnet. Die roten ausgefüllten Kreise bezeichnen die Hauptfinanzplätze, also bitte nicht mit Steueroasen oder Geldwäscheparadiesen verwechseln. Dann gibt es noch Sonderwirtschaftszonen, wo es Steuervorteile gibt, die in lila gekennzeichnet sind. Und finde ich auch spannend, in diesem Zusammenhang das dann noch mit dazu zu packen. Es gibt gelbe Zonen, wo es transnationale kriminelle Vereinigungen gibt, die natürlich das wirtschaftliche Geschehen beeinflussen. Und das wäre für Geschäftsleute dann auch relevant zu wissen. Als Beispiele genannt, zum Beispiel die Cosa Nostra in den USA, die Drogenmafia in Kolumbien oder auch die Mafia in Italien und viele weitere. Das, denke ich, ist dann eine Karte, wenn das für dich relevant ist, diese Information, wo du dann auch nochmal auf den Link klickst und da ins Detail hineinzoomst. Dieses Kartendesign finde ich irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit dieser Art der Verzerrung. Aber diese moderneren Karten von dem Anbieter Le Monde Diplomatique aus Frankreich scheinen diese hier normalerweise so zu machen. Ich bin froh, überhaupt diese Karte gefunden zu haben. Und mit dem zweimal, dreimal draufgucken kann man sich auch an diese ungewöhnlichen Formen gewöhnen. Dies hier sieht wieder ein wenig vertrauter aus. Hier geht es um die Freiheit der Wirtschaft. Dunkelgrün bedeutet da frei. Das heißt, interessanterweise sehe ich da nur Australien und Neuseeland in dem dunkelsten Grün, wo die Wirtschaft sich halt frei entwickeln kann. Und dementsprechend gibt es natürlich auch das Gegenteil und das ist dann rot. Das sind unfreie Länder, wo die Wirtschaft Regulierungen hat, wie zum Beispiel Bolivien, Argentinien und Kuba. Im mittleren Bereich haben wir unter anderem Paraguay, genauso wie Frankreich, Spanien, Portugal und die Philippinen. Wenn ein Unternehmen dann frei am Markt interagieren möchte, dann braucht es auch eine Internetverbindung. Achtung, diese Grafik ist schon von 2008. Insofern sollten wir die nur noch als grobe Orientierung verwenden, da sie ja schon über zehn Jahre alt ist und Internet nun wirklich etwas ist, was sich sehr schnell entwickelt. Aber grundsätzlich kann man da sicherlich Tendenzen erkennen. Hier wurde der Preis für 20 Stunden Internetverbindung miteinander verglichen, wobei dunkelblau für einen günstigen Tarif steht und orange für einen teureren Tarif. Man wünscht sich ja nicht nur eine günstige Internetverbindung, sondern auch eine schnelle. Hier haben wir eine Grafik, die den Zugang der Bevölkerung zu schnellem Internet darstellt. Die ist von 2012. In dunkelgrün sind die Länder eingezeichnet, wo viele Leute hier, über 20 Prozent, einen Zugang zu schnellem Internet haben. Und in hellgrün sind die Länder, wo nur wenige Leute Zugang zu schnellem Internet haben. Die Regionen, wo viele Leute Zugang zu schnellem Internet haben, sind natürlich wie erwartet Europa, USA, Kanada, Japan, Australien und Neuseeland. Die mittlere Einfärbung, das mittlere Grün, also so die durchschnittliche Schnelligkeit, wenn man das jetzt weltweit betrachtet, die gibt es in Italien, Ungarn, Portugal, Paraguay, Bolivien, Peru, Ecuador, Kolumbien, auf den Philippinen und Vietnam und Thailand. Beim Thema Internet darf natürlich auch 5G nicht fehlen. Das hier ist eine sehr aktuelle Grafik vom April 2019. Auf dieser Weltkarte sind in Rot die Feldversuche eingefärbt, wo in einzelnen Ländern Feldversuche stattfinden, und in blau, wo Feldversuche angekündigt wurden, aber noch nicht aufgenommen wurden. Ja, je nachdem, was du suchst, entweder ein Land, wo du das schnellste Internet überhaupt haben kannst oder ein Land, wo du dieses Internet nicht hast und damit auch mögliche Strahlung entsprechend nicht. Ja, da musst du gucken, was da deine Vorliebe ist. Diejenigen, die gerne frei davon sein möchten, die könnten das nach derzeitigem Stand in Ecuador, Bolivien, Paraguay, Uruguay, Costa Rica und Panama und Kambodscha und Vietnam und Neuseeland interessanterweise. Tja, so wie bei 5G einige das entweder vermeiden wollen oder andere das gerne hätten, gibt es noch ein weiteres Thema, was man auch so zweischneidig sehen kann. Nämlich für die einen ist es wichtig, günstige und gute und viele Flugverbindungen zu haben für die Geschäftstätigkeiten und die anderen sagen sich, sie möchten lieber dort leben, wo gar keine Flugzeuge fliegen. Dann gibt es nämlich auch gar keine Flugzeugabgase. Ich habe hier mal eine Grafik mit aufgeführt, wieder mit diesem merkwürdigen Weltkartendesign von 30 Drehkreuzen, also größten Flughäfen, mit dem höchsten Passagieraufkommen. Da sieht man die Schwerpunkte in den USA, in Europa und in Ostasien und interessanterweise ist Dubai ganz alleine dazwischen. Zum Abschluss betrachten wir uns nochmal den Flugverkehr nach der Intensität und da kann man wunderbar die Flugrouten erkennen, zumindest außerhalb von großen Ballungsgebieten und auch da kann man große Flughäfen dann erkennen, weil es da dann entsprechend heller wird. In Südamerika ist da ja nicht ganz so viel los wie in den USA und Europa. Und wenn man sich das im Detail anguckt, sieht man auch so die Hauptflugroute nach Europa rüber und man erkennt die Stadt Sao Paulo in Brasilien sehr gut. Das ist ein sehr wichtiger Flughafen. Ein bisschen weiter da drunter auch Buenos Aires in Argentinien. Und wenn ich mir mal so angucke, wo wir hier in Paraguay sind, wenn ich mir so diesen hellen Fleck an der Ostküste, an der Atlantikküste angucke, was Sao Paulo ist, und wenn ich da ein bisschen weiter ins Landesinnere gehe, dieses dunkle Loch da, da ist Paraguay. Südamerika sieht ziemlich dunkel aus im Vergleich zu Nordamerika. Da erstrahlt alles und man sieht halt die großen Ströme über den Atlantik und Pazifik. Dafür gibt es natürlich viele und häufige Flüge und in der Regel belebt die Konkurrenz das Geschäft und dementsprechend sind sie auch günstig. Das trifft auf Europa ja auch zu. Da gibt es ja auch einige Billigflieger. Man sieht hier auch sehr schön die Verbindung Richtung USA und auch ein paar etwas dünnere Richtung Südamerika. Und ja, viel los dort im Luftraum über Europa. In Südostasien ist es nicht ganz so hell, aber auch da gibt es ein Ballungsgebiet. Man sieht es so rund um Hongkong. Man kann, wenn man genauer hinguckt, auch Japan erkennen. Und wo noch weniger los ist, ist natürlich Australien und Neuseeland. Da fliegt hier auch keiner mal eben so rüber, sondern eigentlich nur, wenn man da auch landen möchte. Ich hoffe, du hast ein paar interessante Informationen für dich in diesem Video finden können und würde mich freuen, dich in dem nächsten Teil dieser Serie begrüßen zu können. Tschüss! Auf Wiedersehen! eline Vielen Dank.